Musik Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele heute zusammen mit Wizen, äh ja, Minecraft Mario Party. Hallo. Ähm, der sieht ein bisschen grimmig aus. Achso, ich spiele hier. Ja, wir spielen mit, also ich spiele mit einem kleinen neuen Texture-Pack, Texture-Pack auch genannt, ähm, ja. Eine Eins. Und, ja genau, habe ich auch gewürfelt. So, ähm. Hallo. Ist ein bisschen durcheinandergewurschtelt hier unten alles. Wee. Ey, buntes Chaos, okay. Oh, das kommt irgendwie fast immer als erstes, oder? Also, das habe ich auf jeden Fall immer, ähm, je, also ich hatte es nie, eigentlich fast noch nie am Anfang, aber immer, hatte ich es immer in jeder, also insgesamt Runde. So, was kommt jetzt? Grün. Also, ich gucke immer ins Inventar, welche Farbe es ist. Ja, ich weiß, aber manchmal kenne ich das nicht, deshalb, ähm, weil zum Beispiel manchmal ist es hellblau und so. Oh, dich halt. Ich brauche eine Brille. Hä, wo ist es rot? Oh Gott, das war so knapp. Ich stehe ganz an der Kante. Ich habe gerade meine Rettungsplatform eingelöst. Äh, was? Nochmal rot. Oh Gott. Nein, ich bin doch gesprungen. Ja, man kann das aber auch nur überleben, wenn, ähm, wenn man, wenn die, also dass es am Ende eigentlich nur noch lag, wenn die neben einem sind. Ah, du bist dritter. Ich bin nicht dritter. Welcher bist du? Oder bist du schon ausgeschieden? Bist du schon ausgeschieden? Ja. Lol. L-O-L. 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 Ja, okay, aber das habe ich auch verdient. Letzte Runde habe ich nur Sechsen gewürfelt. Ja, letzte Runde habe ich auch nur vier, aber mein höchstes war eine Sechsen. Einmal. Es wird gespielt. Mien-Gefecht. Mien-Gefecht. Hui. Das hatten wir zwei eben schon, aber das freut mich. Das ist unser Lieblingsmodi. Hui. Ja. Mein höchstes ist drei Kills und deine? Ja. Mein höchstes war noch keine Arme für Kills. Ein Kill stand bei mir. Oh, hier sind T-T-T. Das habe ich gehört. Warte, ich jab das hier mal kurz schnell hoch. Weg, 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 weg. Aua. Okay, cool. Ach, wieso? Ich bekomme immer Leben abgezogen. Das ist halt mega dämlich von diesen Dingern, weil entweder hat man Lack oder nicht, weil ich bekomme halt nur die ganze Zeit Leben abgezogen. Alter, wie krass hat der denn gesuchtet, Alter. Der hat mich mit der Pig-Ex totgeschlagen. Prüff. Das, nee, mit, äh, das ist mein Eisenschwert. Nee, kann ich nicht gucken? Ich guck dir mal zu. Au. Oh Gott. Boah. Was sprengt die denn hier? Also ich will ja nicht sagen, dass hinter dir jemand war, aber hinter dir ist jemand. Oh, cool. Oh, oh, der hat zu starke Rüstung. Hallo, mein Freund. Hui. Tschüss, mein Freund. Weil ich hätte es am besten nicht sagen sollen. Stimmt, du bist ja auch schon tot. Ja, Alic-Urk. Ja, Alic-Urk. Oh, das ist so dumm, dass man nichts sieht. Tja. Aber warte, ich muss meine Helligkeit wieder hochstellen. Ich hab die, so, ich mach, so, jetzt sehe ich wieder was. Ja, okay. Dann ein Helles zu übertrieben. Ich muss mal kurz mein anderes Mikrofon auswählen. So ungefähr da. So. Dass ich auch ein gescheites Mikrofon in der Aufnahme habe. Äh, Eingabegräser. So. Jetzt sollte ich mich besser anhören. Hä, wieso sind hier so viele Leute, aber es sind doch nur noch fünf übrig. Ach so, das sind wahrscheinlich die Geister. Ach so, ja, ja, ja. Aber man ist halt vollkommen lost gegen die Leute, die keine Rüstung, also die Rüstung haben. Bei Profisch 14 ist überhaupt niemand. Aber eine Sache wollte ich sagen. 14, sogar. Wenn man, ich hab irgendwie das Gefühl, dass man von dem TNT kein Damage bekommt. Doch, ich will kommen immer Damage vom TNT. Echt? Ich lass es mal auswürfeln. Ich lass es mal auswürfeln. Eine vier, wow. Eine zwei. Ich hätt einfach. Okay, ich muss mal kurz auf die Toilette. Ich bin gleich wieder da. Tschüss, bis gleich. Tschüss. So ist mitgespielt. Laser Tag, oh, der Arme. Sein Lieblingsmodi. Na, der tut mir irgendwie leid. Na gut. Wo bist du, Paul? Ich will dich kaputt machen. Kann doch jetzt nicht einfach weggehen. Du lässt mich ja ganz alleine dann. Ah. Bin ich, da bin ich traurig. Well. Ach komm. Kann ich mal stehen bleiben? Aua. Ah. Boah, ich bin... Hä, hab ich grad jemand gekillt, wenn ich grad geschossen hab? Hä? Hui. Hä? Gegner? Hallo. Hallo, Albatross. Lass... Au. Der soll da Albatross in Ruhe lassen. Oh, ich bin jetzt wieder da. Also, ich bin jetzt wieder der Kopfhörer. Hallo. Hallo. Oh, ich leb ja sogar noch. Nee, du wurdest nur 30 Mal gekillt. Ach so, ja, das kann auch sein. Wir spielen nämlich Lasertag. Ach komm. Ach komm. Oh, neuer. Letzter geworden, krass. Lol. Mein neuer Sport. Aber ich hab auch die Hände gewaschen. Lol, ich hab 22 Kills. Echt? Ich war auch... Ja, ich war ja auch Zweiter. Ne 5 hab ich insgesamt gewürfelt. Du bist ne Maschine. Da unten bist du, bist du weiter als ich? Ich bin Feld 11, du? Zehn. Ah, okay, dann ist das hinter mir. Das... Oh, knock out. Cool. Du hast ein Problem oder möchtest dich etwas melden? Ja, ich möchte was melden. Mit Spieler, die gemeint sind. Nee, ich war's. Oh ja, ähm... Bei der Blube sind halt wirklich viele. Boah, ich hasse diese Camper. Ah, hey, Paul. Hallo? Tschüss. Hallo? Hacke. Ey, auf mich zu hauen. Tschüss. Doppeltrohung. Oh, ich hab's einfach so eingelöst. Guck mal, wo ich bin. Ja, ist klar. Hi. Hi. Hi, hi, hi. Ah, hi, hi. Ah. Oh, lol. Ich bin schon 66, 71, 82 Prozent hab ich. Das heißt, einer muss mich nur einmal hitten, dann bin ich down. Okay, ich bin... Ich hab grad mal 16 Prozent. Ich bin hochkant aus der Map geflogen. Tschüss. Hi, ja. Oh, der Superschlag hat dann wieder nichts gebracht. Okay, jetzt hat er nichts gebracht. Bam. Ey, Peach. Die Peach hat mich getötet. Und ich hab gedacht, sie soll mal gerettet werden. Ich rette dich nicht mehr. Super Mario, du kannst mich ja... Ah. Äh. Vergessen. Aua. Und der will ja da. Äh. Gelber Tod, du kommst jetzt her. Ich will dich töten. Du bist doch sowieso schon... In deinem... In deinem... In deinem... Steck doch schon tot. Von daher, du bist doch schon tot sein. Ah, ich hab mich selber getötet. Das hab ich auch grad gesehen. Bam. Bam. Ich will... Also, ich... Also, bevor ich von dir getötet werde, dann sch... Äh... Geh ich lieber Suizid. Nein! Alter. 10 hat sich 16. Ich hab doppelt sprungen. Mein höchstes... Mein höchstes ist 82. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum du ne neue Tastatur brauchst. Ja. Alter. Hier wollte mich jemand schlagen. Ist in ne Lücke reingefallen. Komm. Ach, Mist. Ich will mal TNT haben. Das TNT. Hey, wie hab ich den König bekommen? Ah, ich bin 8, Mist. Mein Rekord war irgendwie... Weiß ich nicht. Ich bin auf die 2,8. Oh, mein Rekord war mir mal... Eine Milliarde. Ganz bestimmt. Ja, ich lüg auch nicht. Eine 5. Was ist, wenn ich Alt-F4 drücke? Weiß ich nicht. Dann... Oh, der letzte. Dann gesinnt. Es gibt so ein Minecraft... Es gibt so ein Minecraft-Plug, das... Ich weiß aber nicht, ob der gefixt wurde. Auf jeden Fall funktioniert er noch in der 1,8. Das Alt-F4 ist halt wirklich ein Hack. Also, nicht wirklich ein Hack, aber damit kann man duplizieren. Dupli was? Ich kann auf jeden Fall immer ein Video zu machen. Mit Alt-F4 kann man duplizieren. Zumindest in der 1,8. No. Hä, aber dann machst du doch das Spiel aus auch. Ja, aber wenn man das Spiel wieder startet, man speichert ja die Welt. Ah, ja, stimmt. Ja, okay, aber das ist dann halt mega aufwendig. Ja, obwohl, nee, das ist gar nicht so aufwendig. Doch. Nee. Doch. Jo, ich bin halt so ein Abstauber, wie fies ich eigentlich bin. Aua. Aua, auf mich zu hauen. Lass mich in Ruhe. Leute, ich bin halt so ein richtiger Boss-Spammer. Diamant, Speer, Schwert. Boom, boom. Hier ist der Pro-Fisch. Der Pro-Fisch? Ja, das heißt der. Ach so. Der ist ein Fisch und ist ein Pro. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Dritter Platz. Ah, ich bin auch Toter. Cool. Sack, GGS. Soll ich jetzt ein Sack oder Gigi heißen? Ich hab auch eine 4 und 3. Also ich hab das Höchste, was man hat. Also, Höchste, was man hat in dem Ding. Genau, Feld 17. Welches Feld bist du? Ah, ich bin 23. Eie. Meine Hand tut voll weh. Was hast du mit deinem Pop-Schutz gerade gemacht? Gegen die Wand gepfelt hat. Schnauermacher. Nee, also. Was warst du? Ampelrennen? Ja. Ampelrennen. Ampelrennen. Mein bester Trenküchel. Ja, ich bin vorne. Und tschüss. Hä, ich stand wirklich. Das ist doch so... Schon wieder, ich stand. Jetzt kann ich sowieso mal stopp loslaufen. Wieso können meine Gegner einfach eigentlich nicht hier weggepustet werden? Hä, ich stand. Das ist doch nicht wahr. Gleich werde ich Vierter. Wieso sind die denn schneller als ich? Das ist doch genau... Wir machen doch genau das Gleiche wie ich. Komm. Hä? Ist klar. Hacker, Hacker. Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. So, ich schreibe ein nice hex. Oh, zwei. Ich hasse das, dass man mit der linken Maustaste auch würfelt. Normalerweise würfelt man mit der rechten. Aber wenn man am Anfang, direkt am Anfang, wenn man der linke Maustaste... Oh, ist so schnell. Ja, dann können wir noch eine Runde spielen, würde ich sagen. So, also kleiner Cut, bis gleich. Bis gleich. So. Äh, hast du es gleich L gemacht? Ja. Gut. So, da sind wir auch wieder zurück. Hallo, Halli, 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 Hallo. Ich guck mal, kann man hier auch Archivements verdienen? Hier scheint es nichts zu geben. Ach. Mal kurz L. Hier scheint es nichts zu geben, ja. Schaut. Vielleicht jetzt? Schaut er, ja. Mit L kannst du übrigens auch in die Achievements. Ich weiß. Vielleicht jetzt? Oh, ne. Auch nicht. Weg. Hm. Ich finde den Smiley auch so traurig. Der so, oh. Ja, ein trauriger Smiley. Was stand da? Oh, das will ich auch machen. Warte, wo bist du? Ach, da hinten bist du. Äh. Ja, da bin ich. Jo. Ja, ich fall mit dir runter, hinter dir auch. Schade. Herzlich willkommen. Oh, wirklich. Meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ne, nicht Bas. Ähm. Heia. Ne 2. Ne 1. Das ist so typisch für mich. Was würfel ich am Anfang? Ne 1. Was typisch. T-t-t-t-ehrisch. Es kann es auch nicht geben. Ah, Minenfeld. Minenfeld. Hey, lol. Jetzt kommt mal nicht. Und das Chaos als erstes. Okay, lol. Mist, hier an der Seite. Ach. An der Seite ist es immer am besten. Da ist es meistens immer am wenigsten. Mist. Mist, du, Mist. Komm. Und? Ich bin über zwei Felder gesprungen. Oh, gut. Das war knapp. Äh. Wie? Äh. Ich hab's gleich. Ich bin nicht auf eine Mega. Yay. Ich hab's gleich mega. Was? Ey, komm. Ich war. Man fühlt sich immer so fetter nach. Ich war genau vor dem Ziel. Man fühlt sich so fetter nach. Ah, der Heiler bist du. Boah, aber das war eh. Und bei der Glas bist du auch 17. Nein. 10. Aber das war mega dumm. Ich war genau vor dem Ziel. Also, pff. Aua. Und dein Korn wurde weggeblasen. Eine Eins. Ich bin so viel drei übrigens. Ah, die Hälfte von mir. Wo bist du? Ich bin nicht mehr da. Schade. Komm, Leute. Wir gehen eine Party feiern. Ha, ha. Yiii. Und die Corona Party. Äh. So, Party. Yay. Und dann kommt Jump and Run. Und dann war so nö. Hallo, so leise so. Oh, ich hab einen Stolzgrill. Jetzt müssen wir eigentlich so Grillen zirken einbrennen. Einbrennen. Genau einblenden. Grillen was? Äh, Grillen zirken. Ich kann nicht mehr sprechen, Sprachen lernen, Bubble. Bubble, Sprachen lernen. Was? Was machst du, Bubble? Ach, Mann. Cool, ich bin wenigstens sehr gespwned. Autsch, das hat wehgetan. So, meine arme Tastatur jetzt wieder und... Ah, ja! Ah, ich bin zu weit gesprungen. Und Tastatur leiden gleich 30. In Minecraft so 0,0000001 Herzen. Ich hasse diesen Sprung bei diesem komischen Dreieck hier. Geht das überhaupt? Das funktioniert. Ich hab den gerade geschafft. Wie? Im letzten Moment abspringen und versuchen nicht zu heulen. Das ist das ganze Rezept. Ah, okay. Ich bin bei dem blauen Tod. Jetzt bin ich bei dem grünen Tod. Ich bin selber tot. Ui, ach komm! Hä? So schlecht kam. Also, ich will ja nicht sagen, dass es jemand geschafft hat, aber... Die springen einfach von hier. Ah, die machen Doppeljump auf dem Ding. Doppeljump? Hä, wie soll man diesen Sprung schaffen? Was ist denn auf das grüne Glas? Wir sind hier nicht in Lego Star Wars, Ben. Hä? Den Sprung kann man nicht... Also, ja, man kann ihn schaffen. Aufregen gleich 30. Nee, aufregen gleich eine Milliarde. Komm, tschüss. Und ich hab verkackt. Wenigstens gibt es fast auf jeden Block einen Checkpoint. Ich bin so dämlich. Ich hab gedacht, man würde einfach zum letzten Checkpoint. Unserer Ecke ist man da natürlich gut, ne? Was ist das da oben immer rechts in der Ecke? Ich bin in welcher Platz bin ich geworden? Um rechts in der Ecke? Ich hab nur eins gewürfelt. Wie kacke! Nö. Wie dumm! Vierige Vier. Boah, meine Augen. Tut mega weh. Ich... Aua! Welcher Platz, denk ich, bist du? Äh, welcher Platz bin ich, denkst du? 30. 50. 50. Oh, ich probate. Ah ne, ich bin leider nur 13. Also letzter. Echt? Ja. Das heißt, ich bin nicht letzter. Wuhu! Ich hab'n Eisenschwert. Party dance. Ich hab'n Eisenschwert. Ah, fuck, hier sind überall Leute. Oh oh, nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. THX. Oh, der hat ne Eisenachs ganz schnell weg. Ganz schnell. Der hatte zwar keine Rüstung, aber dafür ne Eisenachs. Was glaubst du, wer hätte gewonnen? Ich bin voll gut. Ich lebe noch. Du bist sogar Erster. Echt? Ja. Der hat mit drei Kills. Du musst nur aufpassen, dass keiner mehr Kills macht. Okay, ich bin tot. Das musste ich mit ansehen. Dieses freudige Aachen. Ey, Leute. Wie viel Leben hat sie denn noch? Ich hätte auch mit der Axt schlagen können, aber irgendwie bin ich mit dem Schwert besser. Aber generell im Kampf gegen... Ich hatte nämlich ne Eisenachs. Also gegen Leute mit viel Rüstung würde ich eher die Axt empfehlen. Ja, okay. Wow. Hättest du voll nicht früher sagen. Aber... Nö. Wer gewinnt? Wuhu. 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 F1. Wuhu. F1. Wuhu. Wuhu. Kameramodus. Nee, F1. Ne, F1. Nämlich, wenn man in die Einstellung geht. Und dann... Kann man irgendwie... Ich muss mal kurz unter Steuerung unter was ist das? Ne, 2. Das ist unter... Kameraverhalten wechseln. Und dann, ich hab das immer auf der Taste Ö und dann kann ich... aus den kamera kommt macht das kaputt wenn man nur noch f1 drückt hat es wieder ein hinter letzter eiser boden endlich ich mag kaiser boden oder heißen boden kann man immer so schnell denn gibt es erst bei dem modus habe ich gedacht wurde jetzt bestimmt super blöd da weil wegen diesem boden hier dass sie das ist ja dieses dieser lavastein da wo man der mensch also im normalen minecraft da wo man der match bekommt drauf wenn man drauf steht deshalb habe ich gedacht das wäre das aber der modus ist gar nicht so schlecht wenn ich das noch überleben würde ich hab vergessen dass man nicht stehen bleiben darf die lang ist ausgeschieden die lang wurde ausgeschieden ich bin jetzt echt wie eine kamera ich kann ja meine aufnahme machen wir schicken das dritte cool cool ist das ganz cool also eigentlich bin ich gut in meine aufnahme oder bis heute noch hochladen werde hat man das gesehen dass ich eigentlich gut bin ich hast du denn schön nicht aufgenommen ampel wenn das aufgenommen tschüss die mario party mit ihr gestern die vorgestern leber das vor vorgestern gestern okay ist klar okay das war jetzt aber unberechtigt knapp der erste okay das war jetzt aber unberechtigt ich will jetzt nicht kenne ich klinge aber ja wo das ist schon ein bisschen baggy dritter eigentlich wäre ich erster geworden hätte ich nicht einmal ich will nicht kenne ich klinge obwohl ich ein kind bin aha 1 1 aber heute kann ich echt nur schlecht würfeln das ist schade mini skywars mini skywars mini gefecht ja hey der hat gesagt mini gefecht ja na ja es ist aber nicht mit ihnen gefecht du hast dich bisschen verlesen mein kleiner kumpel ich meine der meinte mini gefecht man kommt das java es ist ja noch keine ahnung was ich komme ich greife die ganze zeit auf irgendwelche drohen zu obwohl ich mich einfach nur ausrüsten will böse tun böse tun so habe ich irgendwelche guten sachen natürlich nicht aber okay eine goldachse ist eine gute sache oder ich muss mich schneller rüber bauen als die anderen bam 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 ich wäre fast gestorben du bist fast gestorben ja ich bin gestorben ja ich bin gestorben ja ich bin gestorben boah man war ich gerade so schlecht bist du verreckt ja 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 ich bin auch tot die braucht kein mensch ich hatte am meisten ja auch so erfahrungsflöschchen und fiese gegner weil die bringen einem gar nichts äh gehen wir in die option unter steuerung scroll ganz runter und dann ist unser fortschritt steht kamera verhalten wechseln und äh ich weiß mach das mal auf irgendeine taste und drückt die taste dann ich finde das voll cool ich will nur diese kamera haben die mag ich mehr jetzt habe ich noch nichts mehr hilf ich sehe mich nicht jetzt sehe ich mich wieder cool ohne endertest oh nichts drin warte was ist wenn ich da ich wollte gerade in meine endertruhe meinen kompass rein machen bin mir sichtbar äh hallo boah wie kann man heute die ganze zeit so schlecht würfeln wie ich das liegt wahrscheinlich daran dass ich in der runde davor nur sechsen gewürfelt habe jetzt raten wir auf welchen platz ich bin eine million star du kannst nicht letzter sein weil ich bin wahrscheinlich letzter ich bin letzter oh ok mimengefecht muh mimengefecht muh und also party party coronaparty ok erstmal redstone kein eisenscheize redstone ist natürlich risky weil das kann ja auch leben abziehen ne dass du weniger leben hast denn du wirst nur fun alter ja ok ich hab plus bekommen genau da kam nichts raus das heißt du hast ein minus leben bekommen Wenn nichts rauskommt und kein Geräusch macht, welches Geräusch macht es? Hast du so ein böser Villager-Geräusch gemacht oder der ist mein Redstone? Nee, gar kein Geräusch. Und dann hat es Buggy. Was? Und jetzt... Der hat mich mit zwei Pflegen mit einem Steinschwert gekillt. Ich hatte eine Rüste und ein Eisenschwert. Oh, hier sind Gegner. Oh, cool, ein Eisenschwert. Okay, das ist aber überhaupt nicht mehr G. Oh Gott, oh Gott, ich habe keine Rüste. Oh, Mist, Mist. Hallo? Hallo? Ah, Mist. Haben die den nicht gekillt? Ach, das ist doch ein Eisenschwert. Ja. Aber ich hatte eh zu wenig Leben. Oh Mann, das hasse ich, wenn man in coolen Modis direkt stirbt. Sorry für das Mikro gerade. Oder ich hasse auch die Leute, die einfach mitten im Spiel die Party verlassen, nur weil sie es schlecht sind. Weil hier sind ja auch automatisch weniger Leute dabei. Das ist echt doof. Das wird aber ein kleines Sondervideo, das geht schon ein bisschen länger. Ja. Dann hier auch einen kleinen Cut. Wahrscheinlich, weil zu Ostern kein Special kam. Ja. Aber mir ist zwar auch ein Hüscher. Ja, böses Paul. Böse. Wie hat es eigentlich dein Kanal? Ähm, weiß ich nicht. Fünf, sechs Monate, glaube ich. Mein Kanal? Ne, der ist... Obwohl, du hast den, glaube ich, in den Sommer gegründet. Ich könnte ja mal kurz am Firefox suchen. Ne, zwei. Ah ja. Eine Eins. Ich glaube, heute ist echt mein Pechtag. So, ich guck mal kurz. Boah, was hat der denn gegessen? Wie geht's? Äh, was wollte ich jetzt gucken? Äh, Kanal-Info. Am 29.09.2019. Was ist eine Schnappszahl? Blockhüpfer. Also du hast am 29... Was spielen wir? Blockhüpfer? Aha. Am 29.09.2019 bist du YouTube beigetreten. Beigetreten? Hä? Aber ich habe niemand getreten. Ja. Komm, und... Blöcke? Wette schaffe ich auch, oder? Okay. Zu früh gefreut. Zählt der... Zählt der die Blöcke? Ne, der zählt die Blöcke, wie hoch man ist. Und das ist dann mega fies. Ja, würde ich auch sagen. Ja, das ist... Ja, habe ich auch gerade geguckt. Das ist mega fies, wenn die Blöcke dann auf dem Boden sind. Wie jetzt. Weil... Da kommt man ja keinen Block höher. Aber man bekommt ja nicht die Punkte dafür für die Blöcke Mannschaft. Komm. Ui, das war knapp. Boah, das ist wieder so ein Sprung, den ich nicht schaffe. Oh, ich habe ihn geschafft. Wenn sie hochgehen, ist das so fies. Und... Ui. Komm, bitte jetzt nicht runterfallen. Dankeschön. Bam. Ah, Mist. Wird das dann wieder zurückgesetzt? Also die Punktanzahl? Och, nö. Also das ist doch dann echt jetzt dumm. Also wenn die Blockanzahl wieder zurückgesetzt wird. Warte, ich mach mal kurz mein Touchpad aus. Äh. Ne 4. Wenigstens. Eier. Ne 1. Also ich werde auf jeden Fall die Runde noch gewinnen. Das verspreche ich euch. Oh. Versprechen gebrochen. Schade. Oder auch nicht. Das wäre ja mega unvorhersehbar. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Und tschüss. Tschüss. Ciao.